Alter! Jetzt hat grad der weggeruckelt bei mir. Oh ne. Wieder einer. Skelette. Gut, Skelette ist soweit. Vom Leib gehalten. Schnauze. Schnauze. Boah, weg da. Sauber. Ernsthaft. Ich hab mich die ganze Zeit schon um die Typen da oben gekümmert. Die sind immer wieder neu gespawnt. Oh, okay. Waren fünf Stück gewesen ungefähr. Ja, ich hab grad zwei erledigt und ich hab noch gesehen, wie du den Beschwörer da voll weggenatzt hast. Ja, sobald ich einen weggemacht hab, bist du sofort neuer gespawnt. Bleib liegen. Das ist echt schlimm, wie die wieder aufstehen. liegen bleiben. Ja. Drei Stück. Warum nicht? Anstatt dass du auf den Kopf schießt, schießt du da die ganze Zeit voll in die Stange rein. Bist du auch tot? Ich hoffe, der bleibt tot. Ja, okay. Bis. Volle Muni. Und rein da. Oh, das hört sich gar nicht gesund an. Ja. Hat so ne Zombieapokalypse an sich. Komm da nicht weiter. Aha, bei mir geht die Party also weiter. Na, dann wollen wir mal. Ja. Das war's für heute. So. Bei mir ist schon alles tot. Bei mir hier laufen sie noch. Die wollen unbedingt für Walking Dead nachspielen. Ähm, okay. Gott, ich hab da volle Money. Oi. Juhu. Ich hab wieder Stilhanggranaten. Alter. Alter. Da. Da. Wir gehen die Party ab. Ja, untersuche den Führerbunker. Ah, okay. Habt verstanden. Ist bei mir. Wer kommt da? Hallo. Ich bin auch bei dir. Okay, war gerade nur eine Halluzination. So. Wo liegt denn der Adolf? Den hat es aufgespießt. Mir jetzt nur einmal. Bin ich gerade erschrocken. Ich dachte gerade, wow. Alter. Schon dabei. Oh, guck mal. Oh, die gleiche Idee gehabt gerade, ne? Telefon. Oh. Hier hat ich dran gehen sollen. Wieso? Was? Weil die Tische waren vorher noch leer. Okay. Ansage auf den Telefon. Ich habe den Schiffen gekriegt. Pick up the phone. Ja. Schön. Jetzt. Was ist das? Wow. Impressiv. Bin mir eindrückt. Ah, Telefon. Schon wieder. Oh. Alter, so wie es hier aussieht, glaube ich, dass wir gleich so brutal die Arschkarte haben. Oh mein Gott. Also, dass die die Action verpasst haben, das habt ihr gerade mal gehabt zu können. Wenn der sonst wo rumrennt. Ich habe es gerade gesehen. So ein Geistertyp. Ne. Oh. Da war gerade viel mehr los. Okay. Entweder ich habe Halluzinationen oder ich bin im falschen... Ah, da. Schau dir das mal an, wo ich bin hier. Wow, 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 wow. Alter. Wow, 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 wow. Das war gerade so gemein unschön. Ah. Oh. Natürlich. Nazi-Kommandant. Hitler! Hitler! Ich will nicht Hitler. Oh, shit. Ich habe noch eine Stielhanggranate. Oh, gut. Ja, ich sehe es mit... Haha. Hahaha. Sehr gut. Hahaha. Hitler. Ja. Ja, 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 kunst studiert hat und alles, ne. Äh, eh. auch gemacht weil ich will nicht Ruhe bei Zort wahrscheinlich mit Eva Braun und Blondie vor allem denke ich mir auch so ein bisschen so die ganze Zeit Alter wie hat es eigentlich der Führer geschafft wo kommt der Ami jetzt her Mission erfolgreich ja geilo ne was ich gerade fragen wollte wie hat es der Führer eigentlich geschafft eine Frau zu bekommen um Himmels Willen genau ich kann von Schüsse mit 7,77% so so zwei Goldbaren von fünf und vier Weinflaschen übersehen Halleluja wunderbar dann würde ich denke ich mal reicht das auch oder machen wir mal die Tage dann einfach mal wieder weiter so wie es reinpasst dann würde ich sagen wir haben eine weitere Mission erfolgreich jetzt muss ich gerade mal schauen wie heißt denn komm noch schnell auf weiter Bahnhof alles klar alles klar Bahnhof das wird dann unsere nächste Mission sein ist jetzt erstmal nur zum reinschnuppern kurz noch äh pröviert Wodka gut ja dann machen wir beim nächsten Mal hier weiter da wird bestimmt noch heiden die Party abgehen gut würde ich aber sagen was ist von unserer Seite aus hier ich hoffe das letzte Mal und die Aufnahmesession haben euch soweit gefallen falls ja bitte abonnieren kommentieren und gut bewerten würde uns freuen und wir sehen uns in der nächsten Folge und Aufnahmesession von Stylebar Elite Zombie Army 2 euer Mark Gaff und euer Steve ciao bis dann ciao cliche between und beim ä ä Musik